also weißt du was klar ist ach nee was gibt es denn du kannst gehen ja keine diskussion darüber wo zum geier warte mal wo hatten wir den komischen elfen typen in ankoren schmankoren alter ich will jetzt wissen wurde wo das hebel des bunds ist denn nicht schon wieder wo ist der säbel des wuchs geblieben kann natürlich sein dass der in irgendeiner truhe gelandet ist während da während der crafting geschichte ich finde das jetzt so schade entschuldigung leute wir sind jetzt schon der zweiten aufnahmefolge und ich latsche immer noch rum ich wollte eigentlich schon längst mit euch hinter den feuer fällen oder auf dem weg zumindest dorthin sein hier wird nicht gestöhnt ach ich weiß wo das zeug ist meine gut ich bin aber auch ein honk also meine lieben dann wir haben die auralia dabei wir haben rullana dabei was gibt's denn vorgrim kommt ich muss mal kurz gucken was vorgrim so alles hat er hat die hr hat die mother load an brandsalbe was hat er denn sonst noch ein zyklokenschädel ja den sollten wir vielleicht auch dabei haben aus gründen gute entscheidung so sie hat brandsalbe er hat brandsalbe sie braucht keine brandsalbe aber unser guter georg braucht man selber ansonsten hier ist noch zielwasser das könnte sie vielleicht gebrauchen so und was er vor allem gebrauchen kann das ist ich habe mir hier diese wunderbaren dinge hier gemacht die bolzen na also okay und ich weiß wo der wo der säbel des wurms ist der säbels wumms den haben wir ja hier hinten in die truhe gelegt wo austausch stattfinden sollte habe ich jetzt so rullana du nimmst mal hier all diese lustigen pfeile und hier den heiltrank hast auch und den großen heiltrank und pastillen der ausdauer und ausdauertrank und nie den zaubertrank den mal lieber der georg dieses mal mut elixier kannst du aber mal haben hat sie denn schon eisenschild waffenbeisam kann sie nehmen sie ist ja sie ist werferin also nimmt sie all diese lustigen werf mittel hier ja hier das können kann er mal nehmen und für sie hier der säbel der absolut fantastische säbel des wums 1w 6 1w 8 und da sieht sie schon viel besser aus mit ich denke mal wir sind am start ich würde jetzt gerne eine pause machen aber weißt du mit der geduld ich mich noch ein bisschen weil wir sind jetzt gerade mal irgendwie halbwegs am start ja haben wir es jetzt erhalten stopp nein du brauchst gar nicht an den paar radios platz wir gehen jetzt über die landkarte und vielleicht werden wir noch mal überfallen auf dem weg nach murulosch würde mir jetzt nicht unbedingt zu unpass kommen auch wenn es ein wenig drückt in der gebläse wo kommt er denn da kommt er lang talon und talon talon ja war letztes mal lustig mit den jeweils drei organ und den wölfis würde mich jetzt auch nicht stören wenn es wieder passieren würde aber es passiert nicht wir kommen um auf geraden wege nach murulosch der sound ist laut genug 64% dass geht sie aus so wir gehen zur vorletzten location mit unserer wunderbaren tuppe ist es auch alles richtig auralia rullana und vor dem die truppe wird auch mit einer leichten veränderung so dann für die letzte location stattfinden so runter zu den hieß die alte noch mal ich habe schon wieder haben vergessen zu ihren al des jahres gemächern zum letzten mal betreten wir diese und aber für eine ziemlich lange zeit und auch deswegen habe ich die tanks mitgenommen die ziemlich viel tragen können weil wir so viel loot aufsammeln und wir wollen nichts davon liegen lassen und da man halt die gute kladdes so schwächlich gemacht hat auf sexistische art und weise freunde warte ich nehme meinen champion nach vorne den champignon und wisst ihr noch hier haben wir gegen die golemse gekämpft es wird jetzt übrigens auch die das letzte letzten showdown mit den unselig unsäglichen mit den unseligen gräumen geben ja da ist noch nicht feierabend die gräume sehen wir jetzt noch ein letztes mal ein letztes wildes auf glimmen der gräumenschaft war ich eigentlich schon alle trugen ausgeräumt ich glaube ja ich will es nicht in die länge ziehen freunde nein dauert es auch so lange die tun zu öffnen es wird ein letztes feuriges auf glimmen der gräume geben danach werden sie im nebel der geschichte im staub vorhang der geschichte vergehen und ja dann kommt eine dicke fette hack and slay georgie hier auf berg tragen sein das kann ich auch schon mal sagen so auf geht's durch den vorhang eigentlich dürfte nur georg das überleben weil er die flammen rüstung trägt alle anderen müssten in flammen aufgehen und verglühen aber mit der logik hatten es die game designer von radon labs damals nicht da sind wir hinter den feuerfällen von glombromosch oder wie das heißt ich habe keine ahnung du hast keine ahnung sagt irgendwer was so die aufgabe findet das adamantenherz bla und so weiter wurde alles erneuert wir gucken mal die tiefen höhlen von muro los was haben wir noch nicht die k funkelhöhle der könig von muro los ist dem waren knapp entgangen blablabla gewährt er den helden der drachenquests zugang zu den sagenumwobenen höhlen unter der stadt damit ist der weg zur k funkelhöhle endlich frei auf dass das adamantenherz dort gefunden und bis in ewige zeit vor den jährigen händen des bösend geschützt werde finde das adamantenherz endlich hat mich könig arombo los bla 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 ja 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 alles klar also mehr gibt es jetzt hier nicht und wir sind hier wieder mal in so einer halle wir gehen einfach mal raus ich denke mal der erste angriff wird auch nicht es drückt muss ich hier war schon lange niemand mehr sagt sie falls ihr es nicht mitbekommen habt denn ihre stimme war ein klein wenig zauderlich da vorne ist der erste feuer vorhang und ich weiß noch ein bisschen zum glück was man hier machen muss weil das letzte mal habe ich mich hier so was von zu tode gesuchte nach verschiedenen möglichkeiten so da ist klar die spinne ich werde ihr mal kein feuerball verpassen weil sie schon nahe genug dran ist um halt was machst du da ich kenne die die steuerung des spiels fast gar nicht mehr also verzeiht mir es ist wirklich lange her dass ich tragen sein gespielt habe wir haben ja letztes mal so eine ewig lange sitzung gemacht so meine gute weißt du du kannst dich mal mit fernwaffen bewaffnen und ja und vorher bevor du hier irgendwelchen quatsch machst kannst du mal was moment ich sollte vielleicht mal die zauber anders belegen was sollen sie dir denn ach so sie sollen dir beistehen alles klar verstehe hier legt mal den bogen an und ja die richtigen pfeile hat sie schon nimm mal ein paar standard pfeile vielleicht hast du noch standard pfeile ja mach mal hier so denn auf das ding da ich will echt nicht dass sie hier also so richtig hier gegen da ist das ja jetzt hier nicht scharfschütze ach so er ist noch mit der armbrust bewährt das ist auch schön sondern gibt mal auch ja das dürfte gehen gleich erst mal umgehauen die gute und ist auch vergiftet aber nur für temporäre dauer jubelt da während ja während sie eigentlich hier komplett auf die fresse gekriegt hat georg guck mal ob du ach da ist ja noch eine warte mal nein dann dann bricht das mal bricht das mal sofort ab ja dann gibt mal noch der alter warum denn jetzt hier gibt spinnen da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern das ist dass die hier noch eine rolle gespielt haben aber nun denn meine gute hola na warum machst du eigentlich kein spruch los macht spruch mädchen in meinem alter lasse ich mich an öffnen und umwerfen und kann dem platz fahr nicht vergessen sie mir ja das kannst du gerne bitten ich weiß nicht ob das funktionieren wird so dann ich gebe ihnen ich hätte ja auch mal und sind zaubern können na ob die wieder umgeworfen wird die olle ja scheint irgendwie eine vorliebe dafür zu haben sich umwerfen zu lassen sie auch kontemplatio ratio weißt du was vorgrim du könntest noch alle umgefallen hier es ist schon wieder die auralia wird noch krepieren wenn es so weiter geht ich sollte vielleicht in nahe kampf gehen da weiß ich ja das ist eigentlich gar keine schlechte idee hier nimmt man mal moroschko und dann gibt mir auch noch ordentlich auf eine murmel hier rullana umgefallen ähm mädelschen äh mädel leute äh ne das bringt es jetzt eigentlich nicht ja komm ja wenn es schon platt machen warum denn jetzt hier gibt spinnen was soll denn der müll die hat sich schon wieder umschmeißen lassen die auralia na jetzt dürfte aber bald mal feierabend sein hier digga wo ist der rest sagt sie hat sich gefühlt zehnmal umwerfen lassen und vergiften lassen und macht hier den lauten all der na die kann mal geflüssend licht die schnau see halten was ist jetzt los wenn wir schon wieder angegriffen oder was von wem und was ab moment schon wieder so eine jetzt reicht sie aber mal jetzt reicht sie aber mal richtig vor bei meiner axt äh das krackfiedert haust du mal bitte einfach so platt ähm weißt du was volana du könntest auch mal äh deine neuen säbel ausprobieren und da einfach mal hier so zum angriff und zack 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 dreimal dürfte gehen für randra äh honk pass mal auf honky äh oder georg von alion ich hätte da eine idee äh äh wenn du das wo ist denn der wo ist der djinn wo ist mein getränk ach ich kann ihn gar nicht mehr zaubern dann halt einen elementaren diener mit voller kraft hier kommt zu befehl und auralia auralia ich hab langsam irgendwie verliere ich die geduld wo ist denn ein braback bengel geblieben warum plant die dinge immer auf der zweiten seite so ach jetzt hat sie schon zwei schilde ja dann kann sie äh dual wielding mit den schilden machen weißt was wer wo bei den mächten lass dich nicht wieder vergiften und umhauen hey ja ja könnte ich auch sagen in meinem alter mache ich hier noch solche let's place alter ok äh freunde ich mach mal kurz eine kleine pause bin jetzt wieder da na denn hossa meine lieben ich muss mal kurz den kopfhörer kabel das kopfhörer kabel richtig legen es heißt das nicht der die den kopfhörer kabel so ja ich lass mal vor und vorgehen vor grimmen und wir latschen hier mal so ein bisschen kamera führung schrecklich hier ist der feurige vorhang hier kommen wir noch nicht durch da wohl ebenso wenig wir gehen wir noch mal ein stück zurück das ist unser feuergeist das finde ich gar nicht gut hätte sollte ich nicht machen hier feuergeister zaubern weil hier werden welche natürlich auftreten und not to be confused so du warst doch gar nicht dabei baby zyklopenskelett noch ein zyklopenschädel ja super haben wir schon zwei von der sorte ach hier war das hier brauchen wir müssen wir einen schalter drücken der nicht so leicht zu drücken ist zugegebenermaßen mal ein bisschen feuermüß holen ja das gute feuermüß ja nimm nimm digga so hier haben wir zyklopenstein ingerem möge die gräume verfluchen es ist wirklich lästig ständig geistlose feuergeister zu erschlagen um die brücke mit neuer energie zu versehen warum lassen wir dieses bauwerk nicht einstürzen und verlassen diesen teil der höhlen ach so ja jetzt erinnere ich mich äh ja ähm jetzt weiß ich was zu tun ist äh einiges äh ja und hier ist so ein schalter irgendwo ein schalter ding sie ach ich habe hier so das erste mal gerätselt wie ich hier weiterkomme und wirklich tausende von geistlosen feuergeistern getötet mir nämlich aufgefallen ist dass diese säule hier die kann man angucken sie schaut nicht gerade stabil aus und hier oben ist ein zyklopischer druck schalter aber denkt ihr jetzt ratet mal was müssen wir da machen also müssen sie hauen ja und dann passiert folgendes also nur weil er jetzt mit dem gegen darauf einschlägt mit dem dünnen teil flop und dann geht eine tür auf und hier muss eine lava brücke gebaut werden wohlgemerkt wo wir haben erfahrungspunkte erhalten da sollten wir aber auch gleich mal hergehen und schauen ob wir irgendwie level können weil es gehen ist immer noch eine sache ähm sollten wir haben sollten wir machen ähm so fechtwaffen ist ja gemäxt ähm wir sollten auch eher auf seine zauberkräfte gucken können was wir da machen können hier geht mal ja nix äh hö 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 mhm 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 ja nur solche pupszauber haha pupszauber ähm äh ja ähm den skelettarius kann ich den elementaren diener ich würde aber eher sagen hier und äh seine nö das war es mal bei ihm auralia meine gute ähm bei dir würde ich gerne den full äh den full meningitus und solche sachen hier den full meningitus und den corpo frigo aber das geht schon gar nicht mehr warte mal ähm ähm näh dann will ich mal gucken hiebwaffen rössige maxed wurfwaffen ebenso also das war schon ganz gut so da in den full meningitus volle pulle nach oben äh kann sie da noch irgendwas in sachen ne nö unsere hulana ähm ähm äh 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 Hier irgendwas, Selbstbeherrschung ist in Ordnung, Körperkraft, hauen wir mal hier einen drauf und Konstitution und Mut und nochmal Körperkraft und nochmal Konstitution und nochmal Körperkraft und nochmal Konstitution, ich mache die Frau zur stärksten Hammerschlägerin aller drei. So, ähm, ja, dann, äh, unser Vorgrim, der Sohn Ingrams, ähm, ähm, am Brust ist er gemerkt, zwei Hiebwaffen ebenfalls, äh, geht hier irgendwas, nein, hier geht mal gar nichts, damit ist er durch, äh, unser Feuergeist, nein, den können wir nicht leveln, okay, mal Schluck was trinken. Die Kehle trocknet schon wieder aus.